Woche 15 Geliebte Ungewissheit Echtes Vertrauen reagiert mit Freude und Offenheit auf das Nichtwissen anstatt mit Angst festgefahrenen Konzepten und der Errichtung künstlicher Mauern im Inneren und im Äußeren. Es ist die Ehrfurcht vor der Wahrheit, welche die Regungen des kleinen Ich-Empfindens klar in die Schranken weist. Wenn das Rollenspiel irgendwie ausgespielt ist und man ihm nicht mehr zu folgen vermag, gibt es zwei Handlungsoptionen. In Panik zu geraten, ob der Ungesichertheit und irgendwie versuchen, das alte Skript wieder zusammenzusetzen. Es ist nur der Suche nach Halt und Anfassbarem zuzuschreiben, dass man sich in den Rollenspielen so heimisch fühlt. Die andere Möglichkeit ist, der Seele treu zu bleiben. Dieser Seelenraum bleibt nämlich unversehrt, auch wenn alle Ungewissheit angenommen wird. Erst wenn die Seele von Krishnas Nähe berührt wird, zerbröckelt das uralte Streben nach Sicherheit. Darin versuchte man ja nur, die inhärente Ewigkeit des Seins zu kompensieren. Der vergebliche Schonungsraum, der künstlich geschaffene Abstandsraum des Sicherheitskonzeptes vermag nur schale Erfahrungen zu schenken, niemals aber die pochende Lebensintensität. Das Gottverständnis bedarf aber der Kunst, das Unbekannte, das sich in jedem Augenblick in jede Himmelsrichtung verändern kann, mehr zu lieben als das bisher Bekannte. Ihm mehr liebende Aufmerksamkeit zu schenken als dem Sicherheitsdenken des Ich-Systems, das ist der Beginn zur Hingabe. Ein buddhistischer Mönch erzählte mir einmal von einer Reise zu einem entlegenen Kloster in Ladakh, die er mit einem Gefährten unternommen hatte. Als sie zum Eingangstor kamen, sahen sie sich einen riesigen Wachhund mit gewaltigen Fängen und roten Augen gegenüber. Der Hund knurrte zornig und riss an seiner Kette, um sie anzugreifen. Als sie näher kamen, sahen sie, wie ihm der Speichel aus dem Mund tropfte. Sie drückten sich an der Wand entlang, um gerade noch außer Reichweite des Hundes zum Tor zu gelangen. Plötzlich riss die Kette und der Hund raste auf sie zu. Der Mönch schrie auf und auch starrte vor Schreck. Sein Gefährte aber drehte sich um und rannte, so schnell er nur konnte, direkt auf den Hund zu. Der war so überrascht, dass er den Schwanz einzog und die Flucht ergreif. Wir sind gefangen von gewohnheitsmäßigen Reaktionsmustern. Die Freude am Neuen, die Angstlosigkeit aufgrund der Seelenverankerung darf so tief in unser System eindringen, dass sie auch in den unerwarteten Situationen zu greifen beginnt. Sobald man bereit ist, die Hoffnung aufzugeben, dass Unsicherheit und Unannehmlichkeit jemals beseitigt werden können, entwickelt man den Mut, sich in der Bodenlosigkeit zu entspannen. Dies stellt den ersten Schritt dar. Wenn man dem religiösen Pfad, dem Weg nach innen, der Gottesliebe folgt, gewinnt man darin weder Sicherheit noch Bestätigung. Man findet darin nicht den Boden, auf dem man stehen könnte. Würde er dies vermitteln, dann ginge es nicht um Gott selber, sondern um die Absicherung des kleinen Selbstes. Die Seele darf wiedererkennen, dass die stille Erfreuung von ihm bereits alles ist. In der Geschichte vieler Leben hat man das Neue oft nicht als freudvoll erlebt. Diese Erfahrungen generierten die Angstgebilde, die sich ständig ausmalen, was noch alles schiefgehen könnte. Das Altvertraute ist zwar auch nicht glückselig, aber es schenkt wenigstens die Geborgenheit der Sicherheit. In die Terra Incognita vorzustoßen, erscheint einem als unnötiges Riskieren des gesicherten kleinen Glücks. Die beginnende Freude an der Ungewissheit tritt in den Dialog mit der Angst, konkretisiert sie und versucht sie zu verstehen. Man verurteilt sich auch nicht wegen dieser Angst und bittet Krishna, das Neue zu segnen und dass er einem den Mut und die Kraft schenkt, das Unbekannte anzunehmen, sodass es zur Chance wird. Dann lebt man der Wirklichkeit entsprechend und kann sich mit dem Sog zum Unbekannten anfreunden. Denn Leben ist nie Stillstand. Nie kann man festhalten, was man gerade lebt. Die Angst war eigentlich nur eine Einladung, sich auf die Fülle des Lebens einzulassen, die Krishna einem zutraut. In der Annahme zerschmilzt sie. Atma-Nikshepa ist ein Bestandteil der Selbsthingabe Sharanagati und bedeutet wörtlich, sich gänzlich in die Arme Krishnas hineinzuwerfen. Unvorhersehbarkeit ist die Grundlage des spirituellen Lebens. Doch in dieser Hingabe zum wunderbaren Urgrund aller Existenz hat sie ihren Schrecken und ihre Bedrohlichkeit verloren. Sie ist jetzt zu einer immer neu überraschenden Aufgehobenheit geworden. Aus der Ungewissheit des Lebens heraus beginnt man nach Ersatzsicherheiten zu suchen, die man oft mit Wahrheit verwechselt. Dies nennt man dann Volksreligion. Vorstellungen, welche einem über Jahrhunderte vermittelt wurden, Glaubensthesen, die nur der Ich-Identifikation selbst entstammten. Der innere Weg ist nicht mehr interessiert an Strohhalmen, die vermeintlichen Halt liefern. Er führt in die Bereitschaft, allen Halt loszulassen, aus dem tiefen Grundvertrauen heraus, dass darunter tragende Substanz existiert. Dort erst wohnt der wahre Gott. Wenn man ein Interesse hat, mit der Realität Kontakt aufzunehmen, orientiert man sich nicht mehr an alten Skripten, die einem angemessene Rollen zuwiesen, sondern lässt sich fallen in das unvorhersehbare Geschehen, Krishnas liebliche Führung nach Raja. Jeder, der bisher nichts anderes gemacht hat, als nach irgendwelchen Rollenbildern zu funktionieren, verfällt erst einmal in eine große Verunsicherung. Er weiß nicht mehr, wie er sich zu verhalten hat oder wer er sei. Die erfahrene und freiwillig zugelassene Orientierungslosigkeit ist der Raum, in welchem die Gnade Sri Krishnas Wunsch nach der Seele selber übernehmen darf. Wenn jemand die Kraft und die Macht hätte, sich jeden Wunsch zu erfüllen, dann wäre ein solches Leben flach und freudlos gegenüber einem Leben, das sich überraschend Moment für Moment auf dem Weg der Hingabe entfaltet, in Klammer, was auch das Loslassen der Eigenvorstellung der Wünsche mit beinhaltet.